Wer ist stark genug? Wer ist hart genug? Wer ist heiß genug? Für einen Champion aus Stahl? Ich werde dich in Höhe senden. Du wirst es schmerzen. Ich bin Weltmeister geworden, um es zu bleiben. Der WBA Superchampion aus Deutschland. Gegen die ungeschlagene Kampfmaschine aus England. Der heißeste WM-Fight des Jahres. Felix Sturm gegen Martin Murray.